Jetzt werden die Hühnchen gerubbt. Gegen Krefeld haben wir noch nie verloren. Krefeld-Pinguine gegen die Iserlohn-Boosters. Ach, wir machen alle so ein bisschen freie Schnauze. Schaut mal, ihr müsst immer den Grill so ein bisschen im Auge haben. Wenn er sehr stark raucht, dann passiert hier irgendwas. Oh, das ist ja ein Ölbad. Das ist fast frittiert. Also, dass ich das am Koch erklären muss, das ist eine Halbfritteuse. Ihr müsst aber aufpassen, dass es nicht schwarz wird. Oh, es wird am offenen Feuer gegrillt. Es ist halt die kleine Finesse, die man schmeckt. Wenn er ist. Die Penny DEL Grillmeisterschaft. Die komplette Folge ab 29. Juli auf penny.de slash eishockey.